Jo Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns mal unsere Kisten an, was wir so rausziehen. Mhm, ok. Mann. Das ist aber bedauerlich. Ich habe echt jetzt erwartet, dass ich genau das hier, was ich haben wollte. Aber ich habe nichts gezogen. Wisst ihr Jungs, das ist halt einfach eine Lektion, dass man halt nicht alles im Leben bekommen kann. Und deswegen muss man es sich halt erkämpfen. Deswegen muss man sich das alles erkämpfen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe nichts gewonnen. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr.